Oha, das ist ja wirklich ein großes Erz. Oh, das kann ich nicht mehr. Das ist ja easy peasy hier gerade, ne? So kann ich ja die ganze Zeit weiter sammeln. Ah, hier geht's auch langsam wieder zur Neige. Ah, cool, cool, cool. Mal sehen, ob ich das noch schaff, abzugeben. Ja doch, dass ich zumindest einen kleinen Beitrag geleistet hab hier. Ja, verraubt für dich. Jetzt gib die Belohnung her. Belohnung. Ja, immerhin Silber, ne? So. Also er war schon fast wieder Level 11 und wir haben eigentlich noch gar nichts von dem gemacht. Doch nur die Fähigkeit noch gewohnt. Kann der hier weiterholen? Äh, ja, ich wollte hier den Aussichtspunkt noch holen. Deswegen war ich ja eigentlich hier. Wo ist denn der? Äh, da oben, okay. Gucken wir hier mal. Hier scheint es auf jeden Fall irgendwie hochzugehen. Hier sind auch noch irgendwie Gegner. Kriegerhapien. Oh ja, hier geht's wirklich hoch, aber da gehen wir erstmal hin. Aber das ist ja schwer. Oh, Wahnsinn. Pass auf, dass du nicht durch die nicht vorhandene Ritze fällst. Super. Kriegerhapien. Ja, hier wird es wohl auch mal ein Event geben. Oh, hier ist noch was. Ist das da drinne? Wenn man hier reingeht vielleicht. Oh, den hole ich mir. Der Unterhalt kommt aus, ne? Oh, hier wieder Kupfererz. Nehmen wir alles mit. Wieder eine Errungenschaft mehr. So. Ähm, hier hatten wir jetzt gerade nochmal so. Zweimal einen Vitalitätskiesel. Äh, wir haben noch zwei Plätze frei in unseren Waffen. Perfekt. Oh, wir haben noch einen hier für Präzision. Also, das schadet ja nicht, ne? Und ich muss dringend mal reparieren. Das ist ein Verreiner. Ist das ein Special Mob oder was? Stufenaufstieg. Was, schon wieder? Jetzt habe ich Eigenschaftspunkte. Genau, Eigenschaftspunkte. Das sind, äh, Punkte, die man ausgeben kann, sobald man es gelernt hat. Also, äh, theoretisch könnte ich jetzt hier welche reinschmeißen. Wenn ich denn, äh, jetzt schon die Rolle von dem Lehrer gekauft hätte, das mache ich aber jetzt demnächst. Ähm, also noch nicht jetzt. Nach dem Fertigkeitspunkt. Zeit, einen neuen Weg zu gehen. Werde ich das mal machen. Äh, nehmen wir etwas von dem Schlamm. Okay. Benutzt es, um Fertigkeitspunkt zu kriegen. Wo haben wir den Schlamm denn? Ich soll hier irgendwo Schlamm haben jetzt. Ach, das hier sieht aus wie... Weil das ist ja auch billig gewesen, ne? Was habe ich hier? Okay. Whatever. Ähm, dann mache ich hier mal weiter. Ähm, wir haben sehr viel Schwerter irgendwo momentan. Und Schilder. Alles, was wir hier auf jeden Fall nicht brauchen. Deutsch mit Präzision. Erd, friss deine Familie! Gut. Ich wähle hier mal Erd und Wurt. Aber was? Was ist denn hier los? Was sind denn das für Viecher? Ach, das ist ein Champion. Oder zumindest sowas ähnliches. Dazu muss ich schon... Ich konnte es gerade nicht sehen. Aber da. Ich bin ganz müde. Hier geht es irgendwie noch weiter. Ähm... Ach, damit könnte ich hier rumgehen. Ja, nö. Das brauche ich jetzt. Wir wollten jetzt eigentlich eher... Äh... Da ist der Trainer. Das hier... Da! Da ist er. Umlärmer heißt er hier. Ja, dann mache ich das jetzt noch eben. Und dann brauche ich erstmal ne... PP. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ne Pinkelpause. Das drückt doch schon ne ganze Weile. Ziemlich stark. Hm. Ja. Aber das hier mache ich noch zu Ende. Ähm... Auch wenn ich hier die ganze Zeit am Rumwippen bin. Ähm... Ich will nicht mehr so. Herzlichen Glückwunsch. Ich will nicht, dass Melissa mir hilft. Ich will, dass du mir jetzt hier weiterhelfst. Ihr besitzt keine Fertigkeit, die ich rückende... Hä, hä, hä. Ich will deinen Scheiß hier jetzt kaufen. Bist du kein Mage-Trainer? Ich habe den Sirafen-Rationen geklaut. Umlärmer. Wir sind viel zu beschäftigt, gegen Ponys zu kämpfen. Ihr kämpft gleich gegen Ponys. Hä? Wo... Wo ist denn der? Ah, 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 da. Okay, ich habe zum falschen Buch geguckt. Okay, okay. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich rufe die Macht des Jungs. Ich werde nicht zugehalten, gerade weil ich sie da wissen muss. Scheiße. Ne, scheißen muss ich nicht, aber... Ihr wisst schon. Oh, 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 oh. Und die hat auch wieder nichts an. Schön, euch zu treffen. Grüß euch. Das will ich haben. Kaufen. Habe ich schon. Okay. Äh, I. Und dann Buch. Wupp. Jetzt kann ich die Punkte, glaube ich, verteilen. Ja. So. Äh, damit stellt sich die nächste Frage. Kraft. Äh. Präzision. Zähigkeit. Sie hätten Schemore in Schutt und Asche gelegt, wenn wir nicht mehr fest hätten. Zähigkeit. Rudarkane macht. Was denn die Segensdauer erhöhen würde. Also, ähm. Eine von den vier Werten hier. Was haben wir denn am wenigsten? Momentan. Äh. Präzision. Aber das würde ich auch niemals skinnen. Kraft. Aber ich wollte keine Kraft skinnen. Kraft könnte ich eher mit... Oder mache ich Kraft? Feuer. Hm. Was ist das hier? Witzigkeit und Zustandsschaden. Kritischen Schaden. Zustandsdauer. Mhm. Und dann kann man sich hier noch angucken, was hier für Fähigkeiten rauskommen würden. Ähm. Ich glaube... Was würde hier denn sein? Ihr erhaltet Erdrüstung, wenn eure Lebensbrunten 50%... Aha. So. Ich glaube, ähm, weil meine Affinität sowieso in Richtung Erde geht, dass mir Erde mit am meisten bei blutenden Gegnern... Oh ja. Ähm. Das ist genauso gut. Machen wir mal, äh, Erde. Tada. Ich hätte natürlich auch Wasser nehmen können. Aber ich wollte jetzt ein bisschen Zähigkeit skinnen. Jetzt haben wir auch noch, äh, Slot-Fertigkeiten. Slot-Fertigkeiten. Ne, Slot-Fertigkeiten. Und da könnten wir jetzt erstmal anfangen... Oh, da gibt's schon wieder so viele denn. Ähm. Ja, ich muss... Verbesserte Zähigkeit. Nein. Äh. Wetterbewerbungsfähig. Ich glaube, wir nehmen die Berufmöglichkeit hier. Ja, finde ich auch. So. Und, äh, die machen wir jetzt hier hin. Äh, wo ist denn das? Zäh, 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 zäh. Kann ich die jetzt hier nicht reintun? Sie geht auf. Das ist so ein... Ach, da ist es. Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt sind wir dauerhaft schneller, glaube ich, ne? Fühlt sich nicht so wirklich so an, aber... Ganz bisschen. Ähm, ja. Es fühlt sich gerade so ein bisschen anders an. An meiner Blase. Und deswegen... Oh, mache ich noch schnell Reparatur. Mensch, der ist hier gleich vorne. Okay, das mache ich noch schnell. Das kriege ich noch hin. Oh, da ist sie ja schon. Hier findet ihr alles, was ihr braucht. Ah, super. Ähm, ja. Dann sehen wir uns, äh... Nach meiner kleinen Abwesenheitspause. Und, äh... Und, äh... Untertitelung des ZDF, 2020